Für ihn ist die Neuauflage der Gesprächsrunde Schiller debattiert etwas Besonderes. Schließlich hat Christoph Schickert das Ludwigsburger Friedrich-Schiller-Gymnasium einst selbst besucht. Gestern ist Deutschlands bekanntester Rechtsanwalt im Profisport einer von vier Podiumsgästen und stellt sich den Fragen der aktuellen Schüler. Ich habe natürlich Erinnerungen und ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich träume dann manchmal von der alten Schule. Ich hoffe, dass das heute nicht der Fall ist, aber ich bin natürlich immer gerne wieder hier und freue mich, wenn ich die jungen Leute ein bisschen begleiten kann und denen ganz klar ein bisschen was mitgeben kann. Aber für mich ein großes Vergnügen. In erster Linie wird über die Kommerzialisierung des Sports diskutiert. Hierbei ist neben Schickert vor allem Roland Eitel als Medienberater von Jogi Löw und Jürgen Klinsmann ein gefragter Gesprächspartner. Ex-Zweitliga-Kicker Patrick Milchraum berichtet unter anderem vom Druck, der auf den Profis lastet. Den kennt auch John Patrick als Cheftrainer der Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer. Seine Begeisterung für den Sport ist trotzdem ungebrochen. Ich bin auch Fußballfan, ich bin Basketballfan und Trainer und meine Kinder spielen Basketball. Und dass Leute Sport in dieser Hightech-Age noch Sport spielen, egal was es ist, ist sehr positiv für mich. Und nicht nur für ihn, denn als Kernbotschaft der Diskussion geben alle Teilnehmer den anwesenden Schülern mit, Sport soll in erster Linie Spaß machen.